Und willkommen zurück zu Let's Play Land Deutschland sind Latte 2.000 Gold und letztes Fallen hier stehen geblieben So, wir haben jetzt noch einen Start in Deutschland und bringen wir zurück Wir zahlen den Piddeck zurück Wir bleiben hier noch kommen Wir müssen hier noch ein Kampfer Ist voll, kann sich eigentlich vergeben Da ist schon mal gut Wo ist noch ein bisschen Geld? Ja, da ist Geld, da ist Geld, da ist Geld, da ist Geld ich hab die weder wechseln aber ja die gefangen besser ja nicht oben mal gleich gucken was der helfer mit dem dünnen gemacht hat und die abschlusseigermaßen gemacht hat was Oh, schau hier wieder. Jetzt noch ein Backup. Ja, da, da. Backup. Ok, start. Jetzt noch ein paar Blätter. So, dann schau hier doch mal besser hin. Jetzt kann ich noch einen kleinen Hinger holen, das ich halt noch stehen hab. Der Guko ist ja jetzt gut. Die letzten paar, die letzten 10 Ballen. Da haben Sie noch mal einen Guko gebraucht. Ich schreibe den mal gerade ab. Komm mit anderen. Die zwei hängen wir jetzt nur mit der Hälfte. Da steht noch nicht. Ja, da geht es jetzt um hierher. Da muss das Gas geben. Da habe ich mir gedacht, ich sparsch mir nicht eine Fahrt. Die garten-mü-wein. Das hat sich schon früher auf eine garten-mü-wein. Wann ich mir gesagt? Ich habe eben immer noch gedacht, man könnte sich einfach kaufen. Aber... ich habe die Schimpfen angeguckt, den muss ich vorne haben, den anderen muss ich Schimpfen haben. ich habe die Schimpfen, die sind in der Autobahn. Ich habe sie mit dem Schimpfen. Ich habe ihn mit dem Schimpfen. Ich habe ihn mit dem Schimpfen. Lens. Milz Ich schüsse Und erhebchen Milz Milz Läuft Läuft Kann du bauen weg Läuft 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 ich bin daran freig die pausen hin und her die beiden zwei ich hab noch zwei hänger woher so auf jetzt mal nicht alles ich brauche Das ist auch vernünftig Papier nach da hinten. Da ist er. Versteh nicht, da ist da nicht schon er dran gedacht, da habe ich mit beiden Händen gefahren. ich habe eine fahrt gespart da ist er hat man sagt man sieht man bald vor lauter bäumen so wir nehmen unser geld ab ich habe 288 ausgerechnet da tun weil uns ein ballen fehlt aber komm ich mache gerne tausend komplett und dann in die Tür für Eger stellt die Milch und daher geht das da hier geht das aber nett ich brauche ich da auch ein Verkehr mal ausgestaltet haben oh was kommt denn da alles bitte also geht doch sag doch mal da es können natürlich nicht die Füße vorn auch immer bin ja nicht aber Platz hier das ist ein Recken glaube ich warte ich mal das ist ein bisschen auswähler ich das ist ein bisschen das ist ein bisschen ich kann nicht das ist ein bisschen ich kann nicht nicht ich kann nicht Ja. Jetzt ist es besser so. Aha. Na, freil sie wird gescheuessen. Okay, dann Mama. So, wir sind noch gerade vom alten Lid. Jetzt ist es falsch. Oh ja. Ach, naja. Jetzt ist es gut, dass wir gerade hier zu den Podium switchen. Jetzt kann man sich selbst nacharbeiten. Und dann. Kann ich mir jetzt nicht vorstellen. So, das kann ich mir jetzt halt vorstellen alles. Doch wir sind hier schön gemütlich zum Hoch zurück. Ich bin mal schon wie viel Geld wir jetzt bezahlen dürfen, für Angriff, Angriff, Angriff wird es in die. Ohne Fakt wird es sein noch. Dann werden wir zum Kupfer. Von daher geht es noch. Ich bin da jetzt auch noch rein. Und 2000. Bisschen mehr wie 2000. Das ist ja ein Orten, sage ich mal. Er lässt sich drüber streiten, reden. Ich bin trotzdem froh, wenn wir den nachher irgendwie im nächsten Mal Soulage wegfahren. Dann müssen wir gleich durch die Weizen überhauen. Die Weizen überhauen werden. Zur nächsten Folge, wenn der Weizen durch ist. Dann werden wir die Weizen überhauen. Und dann schauen wir mal. Wir können hier gerade uns switchen. Die Weizen überhauen. Wir holen den Hänger ab. Und holen uns den. Wir holen den wieder an die. Die Kühe wieder beifüttern. und das Stroh er vor allen Dingen erstmal bei Futron, das habe ich schon ein paar Tours nicht mehr gemacht. Jetzt muss ich nämlich hier gerade schnell noch das Stroh einschalten. Sollte man jetzt das allererst das Stroh mal nach wie viel da reingeht, wie viel ich da noch habe. Ob ich nochmal machen muss oder nicht. Dann einmal gucken ob ich schon in der Arten machen muss. Wobei es doch noch reichen. Es ist noch nicht schwer passiert jetzt in der Richtung. Jetzt wird es auch nicht all zu viel auf die neue Waren schon. Noch reichen der kleinen Ladewagen, aber der Bus hat lange dauern können. Bei dem hängt er auch schon in den Conniple-Lobby. Ab dem anderen höchsten Kriegssaal brauchen wir das. Mehr zu rutsig. Dann haben wir noch gefixt noch hier. Dann nehmen wir noch einen Patch oder so. Ich habe einen langen Kriegerpatch. Ach, das war man jetzt noch mal wieder. Und ich brauche jetzt nur nichts zu stehern. Um die Schraße der Straßen. Da habe ich noch nicht nach gewerfen. Dann gebe ich noch mehr ab. Du bist dann ein paar Fläche. Ja, ich will noch gar nicht noch mal wieder. Ich werde gleich liegen und schon mal ein paar Kühl kaufen. 90? Ja, vielleicht erst mal. Wie man mich jetzt hier gerade... Weiß wird dann alles. Heute noch. Da haben wir nämlich nächste Folge von der Dach. Wir haben jetzt noch eine gute Zeit. Wir haben noch gerade das Fall. Ich habe mich jetzt nicht mehr reich, wie es sechs Tage zu tun. Das muss ich jetzt hier. Wir haben noch gerade... ...umswitchen... ...anbauen... ...und alles. Ich weiß nicht, ob ich jetzt schon mal sagen kann. Wir werden uns später für die Ballentechnik... ...in dem Sinne Ballentechnik... ...die Mischration... ...an den Drucklader holen. Der Frontlader, den wir hier haben, der ist... ...nicht groß genug... ...für... ...ehm... ...geht einen... ...ganz großen... ...ähm... ...Ladebar... ...Mischrationswagen zu füllen. ... Die Bäume... ...wurde ich auch mal wegmachen. So, machen wir dann... ...wür man... ...und wir... ...die weiße... ...kamen weggefahren haben. Wenn wir natürlich mal einen Angriff nehmen... ...dass können die hier nicht immer sichtbar sperren. Ja... Hoheu und die Blasche Ich brauche noch einmal Heu rein, dann lohnt es sich auch. Weil ich guck dann, ich muss da noch ein bisschen mehr rein tun, lohnt sich eher von der Heu rein zu tun, denn die Lage habe ich schneller gemacht, als die die Lage. 1.800 Liter hat er fast das Vermögen gemacht. Lohnt sich nicht, als noch rein zu knallen. 1.800 Liter. Lohnt sich nicht, dann habe ich 2.000 Liter Verlust, da lohnt sich nicht, als noch etwas zu machen. Nein. Wo habe ich einen Hänger hingestellt? Wo habe ich den Hänger hingestellt? Wo habe ich den Hänger hingestellt? Da habe ich ihn hingestellt. Ich kann mich dazu machen. Ja, ich kann mich dazu machen. 2 Heu, 1 Stroh, 1 Silage. Werden wir heute immer noch schaffen, denke ich mal. 200 genug? Ja. Schafft man. So, haben wir schon mal geschätzt für nächste Woche. Immer zukünftig. Ja. Wo habe ich da einfach hier wenigstens rücksetzen, damit ich beladen kann. 2 Heu. 2 Heu. 1 Heu. Nein. Da kommt doch nicht der Drecksack. 2 Heu. 2 Heu. 3 Heu. 3 Heu. 4 Heu. 3 Heu. 3 Heu. es ist heute Ich wollte eigentlich Spideballen nehmen, aber ich sollte überhaupt noch einen Strohballen nehmen. So, war alles so wie ich wollte. Wir sehen, da holen wir da. Wir sehen, da holen wir da. Wir sehen, da holen wir da, dass das Kippen steht. Wir sehen, da ist der Kippen. So. 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 Dann. Wir haben gerade noch mal die Teile vom Strom jetzt. Ich mache nicht die Scheißdinger raus. Oder hier rumdringen wir da. Wir gehen mal gerade hin. Wir tun jetzt Spro nochmal bei Füllen. Wir haben jetzt gemacht, bevor wir gebraucht hatten. Wir müssen jetzt nochmal bei Füllen. Dann sehe ich ja, muss ich nochmal Spro einschalten. Machen wir dann mal der Gerste da. Und dann. Und dann. Und dann. Und dann. und sehen wir mal weiter für heute und für diese woche sind wir durch bzw ich bin durch für diese woche und ich würde sagen wenn es euch gefallen hat schon morgen wieder zu einer neuen folge zu einer neuen woche von let's play Latte und Latte und Latte und 2015 Goldwizung Style Ciao